Hallo liebe Odyssey Fans, heute um 18 Uhr streamt David Van Scouten live für euch. Verpasst das nicht und seid live dabei, denn ich stehe auf die ganze Scheiße. Noch besser, ihr folgt seinem Twiz-Kanal. Weitere Infos findest du in der Videobeschreibung. Danke! 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 Und um 18 Uhr streamt DavidFanScouten live für euch. Verpasst das nicht und seid live dabei, denn ich stehe auf die ganze Scheiße. Noch besser, ihr folgt seinem Twitch-Kanal. Weitere Infos findest du in der Videobeschreibung. Danke. Vielen Dank. 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 Danke. Das wird sich nie ändern. Ich kann das nicht glauben. Das interessiert mich nicht. Ich habe so einiges gehört. Ich könnte mir so einiges. Das ist nie erlauben. Das ist kein Geheimnis. Das höre ich. Das höre ich. Das kann doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr. Ich kann das nicht. Das ist nicht. Ich kann das nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Ich kann das 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 nicht. Das war doch seine Entscheidung. Ich hab mir das schon so gedacht. Das will doch keiner wissen. Hallo liebe Odyssey-Fans. Heute um 18 Uhr streamt David Fun Scouten live für euch. Verpasst das nicht und seid live dabei, denn ich steh auf die ganze Scheiße. Noch besser. Ihr folgt seinem Twiz-Kanal. Weitere Infos findest du in der Videobeschreibung. Danke. Danke. Das habe ich ja früher auch immer gesagt. Von mir hat er das nicht. Das will doch keiner mehr hören. Das höre ich zum ersten Mal. Das kann doch nicht wahr sein. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Wie stellt sich das immer so einfach vor? Meine Meinung wird ja keiner hören. Wie brauchst du das nicht zu sagen? Ich hab mir das schon so gedacht. Immer wieder das Gleiche. Wir können nur abwarten. Da muss man auch mal zuhören. Ich hab so einiges gehört. Wie stellt sich das immer so einfach vor? Davon lasst dich über die Finger. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Meine Meinung wird ja keiner hören. Das hättet ihr auch selbst wissen können. Das war doch klar. Das ist kein Geheimnis. Hallo liebe Odyssey-Fans. Heute um 18 Uhr streamt David Fun Scouten live für euch. Verpasst das nicht und seid live dabei, denn ich stehe auf die ganze Scheiße. Noch besser. Ihr folgt seinem Twiz-Kanal. Weitere Infos findest du in der Videobeschreibung. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Hallo liebe Odyssey-Fans, heute um 18 Uhr streamt David Van Scouten live für euch. Verpasst das nicht und seid live dabei, denn ich stehe auf die ganze Scheiße. Noch besser. Ihr folgt seinem Twitch-Kanal. Weitere Infos findest du in der Videobeschreibung. Danke. Vielen Dank. 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 Hallo. Hallo liebe Odyssey-Fans. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.